Euch nervt es auch immer, dass bei der Boltergabel immer die Baumstimme rausfallen bzw. nicht richtig festhalten, dann ist das der genialste Mod. Zwar er bringt bei der Standard Boltergabel Sparngurte mit. Da kann man sie aktivieren und dann verstecken sie sich hier hinten drin. So, wir werden das ganze mal testen. Also Wir nehmen den Baumstamm hier. Wenn wir natürlich ordentlich erwischen. So. Der Maulsteuergang ist das immer so schwierig ein bisschen, finde ich einfach. Komm. Na komm. Oh, komm rein hier, nicht? Möcht er nicht? Fliegs runter oder rauf? Heeeeh, er fliegt ganz woanders hin. Okay. Das geht noch nicht. Dann wir mal ordentlicher versuchen. Dann wir mal ordentlicher versuchen. Versuchen wir mal einen anderen Baumstamm noch nicht. kleineren. Immer dieser Vorführer-Effekt. Das ist auch schwer mit da. Maul ist das. Ganz jetzt steuern. Normal mach ich das ja. Wenn ich richtig spiele mit meinen Euro-Steuerungen, die ich mir selbst gebaut habe. So jetzt haben wir aber. So und wenn man jetzt mehrere hätte, würde der halt immer ein bisschen rumspacken. so. Deswegen gibt es jetzt die Spanggurte. Die man eigentlich rum tun könnte. Das funktioniert auch anscheinend nicht ganz so. Wenn ich den jetzt mal so ein bisschen runterkippen lasse. Hm. Okay. Okay. Möchte ich jetzt von Hand mal drüber machen. Gehe. 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 Mal auch da hinten! Interessante Sache. Sondern wir jetzt malieren. Versuchen den zweiten Baum hier. Machen wir das mit dem zweiten Baum mal anders. Damit es einfach ist für uns. Wir gehen hierher. Heben wir hier den Baum. Ich weiß gar nicht. Kann ich den heben? Ach. Enoth nein. Wir können den hier rauf heben. Ich bin zu schwach. Ja. Oh, look, Junge. Ich bin zu schwach. Ich hebe die ganzen Dings hier auf. So, und wenn ich jetzt Spanko drum lege, also der sieht bei mir nicht so aus, wie beim Madara sein, mit Bildern. Und der hat das irgendwie so, dass er da einen Baum so halb runterfallen hat. Ne, doch jetzt, 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 oder? Nee, doch, ja. Jetzt ist er komisch rum hier. Jetzt kann ich den nicht mehr bewegen. Seht ihr, bewege ich den ganzen Schlepper mit, also so ist er richtig fixiert dann. Und er fällt euch nicht mehr aus, raus. Ihr könnt auch aufmachen, der fällt euch nicht mehr raus. Das ist halt das Coole daran. Er ist wirklich ordentlich fixiert, da gibt es dann kein Problem mehr mit dem ganzen Zeug. Natürlich müsst ihr halt dann immer auch den Spanggurt wegmachen, um das Ganze loszulassen. So, jetzt sieht es ein bisschen besser aus, wie man sieht. Jetzt hält er gut fest. So sieht man es schön. Ja, das war es eigentlich auch schon wieder in... Dings ist das unter Frontlader. Hier ist er, ist, wie gesagt, ganz dasselbe das Einzige, dass der Spanggurt vorhanden ist. Und in der Lok sagt das Ganze auch, komplett fehlerfrei. Also, ich muss sagen, die Idee ist super, Spanggurt nicht ganz so realistisch. Also, so ganz realistisch ist natürlich nicht, dass man da Spanggurt rumtut, aber es erfüllt seinen Zweck und es ist gut, wenn man wirklich mal ein bisschen besser arbeitet, ohne dass man so vorstellt. Weil die Physik da bei LS ist ja immer so eine Sache, ne? Also, die Idee gar nicht so schlecht. Mit Realität nicht so ganz zu vergleichen, aber guter Umsatz gefällt mir trotzdem. In diesem Sinne, bleibt dran, lasst ein Like da und tschüss Leute!